Leute, weiter geht's mit Let's Play Jump Force. Wuhuuu! Heute, jetzt, jetzt kommt er halt, ja, ich darf ihn echt machen. Er sei denn, du verkackst jetzt. Nee, nee, das passiert nicht. Dafür bin ich zu gut. Mit Boruto! Jawoll, das geht noch, das geht noch. Sieh dir das jemand an. Gegen den. Was ist das denn für einer? Er sieht aus wie ein Superheld. Ich kann nicht glauben, dass ihm irgendjemand im Aufzug rumlaufen würde. An Itsuko Midoriya ist mehr dran, als man im ersten Moment denkt. Was ein Name. Er wird höchstpersönlich vom größten Helden dieser Welt auserwählt. Und er trainiert an der hochrangigsten Helden-Akademie. Ah ja. Wow. Also, warum sollte jemand wie er hier Unruhe stiften? Das bedeutet, dass die Venoms ihren Einflussbereich vergrößern. Nun ja. Aber... Wenn wir Itsuko Midoriya retten könnten, wäre er ein mächtiger Verbündeter für die J-Force. Okay, nee. Okay, dann los. War das ein Video? Nein. Ich dachte, wer... Alter, was ist das? Puh, puh, ich werde es schaffen. Der wurde höchst auserwählt. Ach du Scheiße. Ich werde nicht aufgeben. Ich darf all might nicht enttäuschen. Was das denn? Das arme Kind sieht traurig aus. Verdammt. 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 Um einen anderen zu entsprechen. Wir müssen ihn retten. Na dann los. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit euch endlich mal Boruto zu zeigen, da er in diesen einen Part ja nicht mehr zu sehen war, weil ich ihn ja außerdem gelöscht habe. Kämpfte Udi jetzt mal mit Boruto und zeigt euch, was der so kann. Wenn der herkommen wird. Mal gucken, was der Deku so drauf hat. Ist ein kleiner Giftzwerg. Er haut dir auf die Fresse! Das kriegt er zurück. Ne, das ist nicht von Naruto, ne? Jetzt kriegt er aus Mo... Okay, Mario, ehrlich gesagt. Auch cool. Alter, ist klar, was ist das? Alter, das tut weh! Es tut mir leid, ich muss dem jetzt auch aus Mo... Jaja, jetzt hat der Boruto gesehen, das reicht auch schon. So, jetzt, hier, kriegst du den Dek, Alter, du Wichser, Mann! Wenn er das jetzt nochmal macht, rass dich langsam aus! Gib ihm! Jawoll! Junge, Alter! Was ist denn mit dem, du? Ey, der gibt gerne aus Mo... Du kriegst gleich so... Oh, was macht der denn jetzt? Du kriegst gleich so ne Kammer... Deine Fresse, Alter! So, jetzt, komm hoch, komm hoch! Jawoll! Die trifft auch noch nicht! Nicht! Der kriegst du aus Mo... Der ist richtig einflusslustig, ey! Der Frechdachs! Komm, komm noch, komm noch, komm! Ja! Geile Sender! So gibt's mal immer auf die Fräse! Du hese, sie fräse! Aber ordentlich! Aber ordentlich, ey! Tu es, Davis X Moody! Das kennen wir ja schon aus! Uff! Keine Sorge, du bist jetzt in Sicherheit! Gut gemacht, ihr alle! Willkommen bei der Jump Force! Isuku Midoriya! War sein Scheißname! Wir möchten, dass du an unserer Seite kämpfst! Aber was drauf, ich hätte mich ja schon fünfmal verfolgen! Aber manchmal hab ich mir schwergetan! Ich weiß auch nicht, ob ich den richtig ausspreche! Die Welt vor den Venoms zu retten! Ich habe kein Recht! Ich habe kein Recht, ein Held zu sein! Achso! Ich möchte Leuten helfen, die in der Kleppe stecken! Und ich darf mich nicht vor den Gegnern verstecken! Aber diese Gefühle der schwarzen Kubis benutzt... Hatte der schwarze Kubis benutzt, um mich zu kontrollieren! Keiner hier macht dir deswegen Vorwürfe! Vielleicht nicht! Aber ich tue es! Ich war einfach zu schwach! Das warst du! Ich kann nachvollziehen, was du über das Helden-Dasein denkst! Wie ist der Sch... Aber ist... Was? Ist dein Traum so fragil, dass er durch eine einzige Niederlage vernichtet werden kann? Nein! Mein Traum bleibt bestehen! Ich möchte die Fußstapfen von All Might treten! Wer ist All Might? Und der größte Held aller Zeiten werden! Wer zum Teufel ist All Might? Das klingt schon wie besser! Ist nicht und alles wird gut! Danke! All Might! Oh mein! Ja! Alles gut! Ähm ja! Ja! Jetzt bin ich mal gespannt! Das muss hundertprozentig dies sein eigentlich! Jetzt muss ich diese Mission machen! Die letzte Mission! Das muss eigentlich dies sein! Danach geht's mit der Hauptstory weiter! Auf geht's! Gucken wir mal! Was ist da jetzt? Von mit wem, oder? Oh! Schon wieder Yuzuke! Ja du musst gegen diesen Shinigami! Ja du musst gegen diesen Shinigami! Es gibt Berichte über einen jungen Mann! Nein! Was? Heißt es nicht mehr Frau? Mit einer dunklen Aura! Ich will, dass ihr der Sache nachgeht! Stammt die Person von der Jump Welt? Das muss dies sein! Vermutlich! Sein Name ist Ich- Ah! Ichigo! Ach so! Weil er denn neue Shinigami ist! Ja ja ja! Irgendwie sowas! Ich hab's nie so richtig geguckt! Ich hab mir auch drei Folgen reingezogen! Ist aber nicht schlecht! Es ist nicht schlecht! Es ist nicht schlecht! Man kann das gucken! Also mein Bruder ist da ziemlich auch Fan von! Gewesen! Oder ist das immer noch? Da kommen halt irgendwie so hässliche Viecher immer vor! Ja ja! Aber es geht schon ab! Es heißt, er habe die Macht eines Shinigami! Also seid vorsichtig! Shinigami? Klingt wie Bota an! Haha! Macht für mich keinen Unterschied! Komm! Nein! Es muss aber noch kommen! Ja ich denk's auch! Ich spüre Seelenenergie! Oder ist es Dämonenenergie? Wie auch immer! Das muss er sein! Oh! Der wird glaub ich hart! Die Macht des Kubus wird verschlungen! Ja dann hätte ich doch den Gegner gewollt! Lieber weißt! Hm! Hm! Ich hab gedacht die Fortschritte! Vielleicht schaff ich ihn natürlich! Ich glaub der ist stark! Zeig mir was du kannst! Okay! Kumpel! Zeig mir was du kannst! Ichigo! Wir fangen natürlich wie immer mit der coolen Technik an! Okay langsam wird's! Und Davis zeigt auch mal den neuen Charakter! Nein Spaß! Nein Spaß! Wird nicht mal gespielt? Ja klar! Ich weiß nicht! Ahlalala! Doch ich spiel ihn mal! Ja doch! Ja komm! Ja! Oh! Oh! Ahlalala ist nicht schlecht! Steh auf! No! You get in the way! Organmord! Ah! Die Technik kenn ich noch! Die Technik kommt mir irgendwie bekannt vor von Mega Man! Ah stimmt! Stimmt Digga! Was war das denn? Hutsch! Damit bist du auch so auf die Eier gegangen! Ja stimmt bei Smash Bros! Alter warte 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 warte! Digga! Jawoll! Hasten! Nice! Special Dice! Jo! Geistgewehr genau! Boom! Naja die zockt jetzt aber nicht so! Die Welt! Na gut! Kehren wir zurück zu Dicex Rudy! Das ist immer noch besser! Jawoll! Jawoll! Aufs Maul! You get in the way! Immer das geile Ende Digga! Das ist nice! Okay! Level Ausstieg! So gut war er jetzt dann noch nicht! Level 19! Nice! Jetzt ist Dicex Rudy! Nur dasselbe! Wo bin ich? Autsch! Habt ihr mir das angetan? Wir schlagen ganz schön fest zu was! Ich kann auf jeden Fall wieder klar denken! Wer seid ihr Typen? Wer seid ihr Typen? Haha! Cool man! So viel dazu! Meine Welt wurde von den Venoms vollständig überrannt! Hört sich an, als ob alle Welten gerade Probleme hätten! Ich kenne nicht alle Details, aber unsere Soul Society ist besorgt! Sie sagen, es sei gefährlich, wenn die Jump Welten verbunden sind! Also bist du hier in der echten Welt, um uns zu kontaktieren? Genau! Ich kann nicht glauben, dass ich so einfach und schnell überwältigt wurde! Es gibt keinen Grund, sich zu schämen! Ich muss tief in mein Innerstes blicken, um meine Kraft zu finden! Tue ich das nicht, wird unsere Welt den Venoms zum Opfer fallen! Wir stecken hier alle gemeinsam drin! Was tun wir? Ichiko Kurosaki! Kurosaki! Ich glaube ich nur! Nicht? Wir wissen jetzt! Wir müssen jetzt da hoch, genau! Immer schnell die Kröte! Die Kröte! Die hab ich noch gar nicht gesehen! Hahaha! Scheiße! Die ist von Naruto auf jeden Fall! Ja! Du bist jetzt eigentlich gerade! Du musst da, wo sie das Ausrufezeichen ist! Geh mal da rüber! Geh da runter! Bei Team Beta müsste das sein! Bei Team Beta? Aha! Bei Raffi? Bei Raffi? Bei Raffi? Bei Raffi? Ja! Das wird cool! Denk doch mal! Wie geht's? Ah! Blackbeard? Ich bin kein Problem! Ich bin kein Problem! Der Geht hat sich Gedanken gemacht! Ich glaube ich weiß jetzt wer der Endboss ist! Dieser Kane! Dann! Rate nochmal! mal. Jemand, den wir kennen? Ja. Von Non-Piece? Nein. Von Ringwoll? Ja. Buh. Nein, ich ne. Äh. Keine Ahnung, was das ich. Jemand, der schon da ist. Ja, klar. Das liegt doch auf der Zunge, Digga. Ja, Freezer halt. Natürlich. Den hat man doch am Anfang gesehen. Naja, stimmt. Mit den Venoms. Ah, der letzte Endbus. Ich denk's mal. Meinst du? Wenn der mit den ganzen Venoms da auftaucht, weißt du? Ja, ja, aber ich denk schon, dass es dieser Kane ist. Kane? Ja, den Typen, den wir wissen. Mach mir ne Wette. Okay. Kleine Challenge. Ja, kleine Challenge. Oh, Blackface. Ah. Ah, den seine Lappe. Safe ist das Freezer. Ah. Digga, wie groß ist der? Wer? Wer? Ich frage, wer? Ja, du bist die Kräfer. Ja, du bist die Kräfer, ich glaub. Ne, wir müssen jetzt gegen den Kämpfer. Äh, ich bin nicht Mö-Kat burnet. Hä? Oh, du darfst gegen den Kämpfen. Ja, komm, noch mehr. Ne, du hast Screwahgkok dabei. Alles okay, alles gut. nach der Ehe 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 Witz aufs Maul oder was Hehe Ehe Ehe mach Blackbird kaputt das soll sich erst mal hier ruhig dich ok das ist ein interessanter Kampf sonst fangen wir hier gleich mal so an hehehe der zieht ne alles klar der kann ja gar nix ist es der echte oder ist es der Fake oder so äh Fake ist es glaube ich jetzt schätze ich mal nicht oder ich hab jetzt kriegt man aufs Maul Digga ach du Kacke alles guter als zum Fick das ist die Karte so ist das ist ein bisschen wochen das ist es oder was er gar nicht so o o o o aber erstes 5 bis dahin richtig würde es auf die Fräse und bleibt also gar nichts haben sollen der Reiz der wollen nur die die Leute aber jetzt echt nennenswert Ich wollte euch den Part nach ihm bin, dann jetzt überlegen wir es gleich nochmal. Aber nicht gut genug, ja? Ah, Ruffy. Ah, du musst noch mal gegen ihn helfen. Hallo, mich. Du musst auch ich machen, den kannst du auch machen. Eines nach dem anderen. Er glaubt, ihr fragt doch mal der echte. Ich sag ja, das ist ja der echte. Ich glaub auch nicht. 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 Er geht einfach weg. Das war der echte. Ja. Was? Ja, das kriegt man schon hin. So, Leute. Aber wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.